Musik Hier im Gasthaus Glorboch am Königsberg in Hollenstein ist man zu Gast bei Freunden. Seit 2012 führen Herbert und Angelika List kulinarische und gastwirtliche Tradition weiter, die einst durch familiären Charakter, naturbelassene Idylle und ausgezeichnete Küche geprägt wurde. Damit sind Wirtsleut eingezogen, die sich mit dem Gasthaus Glorboch einen lang ersehnten Traum erfüllt haben. Wie unser Logo schon heißt, zu Gast bei Freunden. Und wir machen alles selbst, wir machen das Speiseeis selber, wir machen die Grammengedeln handgeschnitten, die Grammeln werden selber ausgelassen von uns, wir werden selber das Fleisch suchen, also wir machen alles selbst. Wer hier einkehrt, nimmt sich Zeit zum Verweilen und tankt Kraft für weitere Aktivitäten. Da ist allgemein ein Gasthaus und natürlich eine Raststation für Wanderer und Mountainbiker, weil da geht die Mondbikstrecken auch vorbei. Und im Winter natürlich unser Skigebiet, das Königsberg, einer von den günstigsten Skigebieten für Österreich. Selbst macht man noch Caterings, was wir gerne anbieten. Ganz speziell, was ganz bekannt ist momentan, unsere Burgers. Oder wie gesagt, unser Speiseeis, was wir schon über Holstein hinaus bekannt sind, bis Weithofen hinaus und überall kommen die Leute schon zu uns her. Das Verwöhnprogramm macht aber auch Halt in anderen Ländern. So stehen zum Beispiel italienische Wochen an, wo verschiedene Nudelgerichte die Pfanne verlassen. Italien ist aber auch dann spruchreif, wenn es ums Eis geht. Ausgemacht aus heimischen Zutaten und garniert mit den Früchten der Saison, schmeckt diese süße Versuchung gleich noch viel besser. Davon konnten wir uns überzeugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017